Herzlich willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Wir sind hier noch in den frühen Morgenstunden, 7 Uhr ist es gerade bei mir. UFC 261 ist vorbei und es wird Zeit, über dieses grandiose, grandiose Event zu sprechen. Deshalb, lass gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follower bei Spotify, denn dieses Event war der absolute Knaller. Fangen wir ganz am Anfang an. Jimmy Smith wollte ich schon sagen, Anthony Smith gegen Jimmy Crude. Anthony Smith mit einem ganz, ganz bösen Leg Kick. Und vor allem diese Szene, wie Crude versucht hat, auf seinem Bein zu stehen, sein Bein so dermaßen gezittert hat, dass er quasi nochmal umknicken musste. Brutale Szenen, brutaler Leg Kick. Schöner Sieg für Anthony Smith, der jetzt wieder mal gewonnen hat. Wichtiger Sieg auch für Anthony Smith. Hat mich persönlich sehr gefreut. Einen bösen Leg Kick gab es ebenfalls im nächsten Kampf. Chris Whiteman vs. Uriah Hall. Und einige Veteranen, einige UFC-Veteranen, die schon lange UFC schauen oder die sich mal die Highlights von den bösesten Verletzungen in der UFC angeschaut haben, werden diesen TKO von Anderson Silva vs. Chris Whiteman 2 kennen. Damals schoss Anderson Silva einen Leg Kick, hat sich dabei das Schienbein gebrochen. Eine ganz, ganz unschöne Szene. Das war eben im Fight zwischen Anderson Silva und Chris Whiteman. Und diese Verletzung, ich glaube, ein einziges Mal ist sie sonst noch passiert, dass jemand das Schienbein gebrochen hat. Und heute ist es wieder passiert. Und gerade Chris Whiteman, gerade der, der damals eben so das zweite Mal gegen Anderson Silva gewinnen konnte, gerade ihm ist heute ebenfalls das Schienbein gebrochen. Eine ganz böse Verletzung. Also wirklich nichts für schwache Nerven. Ich habe gesehen, dass Dana White, der UFC-Boss, das Ganze auf Instagram gepostet hat. Also, falls sich jemand für diesen Clip interessiert, schaut gerne auf Dana White, seinen Instagram. Dort gibt es den Clip. Zugehörig mit dem Text. Der erste Kämpfer, der einen UFC-Fight gewonnen hat, ohne einen Schlag zu werfen. Und das stimmt auch. Also, nicht einen Schlag getroffen und hat gewonnen. Brutal. Wahnsinn. Ja. Schade für Chris Whiteman. Ich denke, das war es. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Whiteman noch lange in der UFC bleiben wird. Ich meine, Tyron Woodley wurde entlassen. Das soll als News nebenbei. Beziehungsweise, es war Tyron Woodleys, der Kampf gegen Vicente Lucke, war Tyron Woodleys letzter Fight in seinem aktuellen UFC-Vertrag. Und es war klar, dass er nicht verlängert wird. Also, Woodley, die letzte Runde, die Woodley gewonnen hat, war gegen Darren Till. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wie lange war dann Woodley versus Till schon her? Und das war die letzte Runde, die Tyron Woodley gewonnen hat. Da war klar, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Aber ich denke, bei Chris Whiteman wird es ähnlich sein. Seine Reise nimmt auch ein Ende in der UFC. Und ich denke nicht, dass er nochmal in der UFC kämpfen wird. Dann hatten wir Valentina Schafschenko gegen Jessica Andrade. Das war keine Überraschung. Ein bisschen überrascht war ich schon, dass Andrade wirklich so sehr wirkte wie ein Amateur. Nicht, weil Andrade schlecht ist, sondern weil Bullet Valentina Schafschenko so wahnsinnig gut ist. Und Schafschenko wird so schnell keiner besiegen. Also, wir haben jetzt Nunes gegen Peña, glaube ich. Aber wir brauchen definitiv Nunes gegen Schafschenko. Das ist the fight to make. Das ist... Ich will gar nichts anderes sehen. Nunes gegen Schafschenko. Bitte, Dana. Falls du hier zuhörst, buch diesen Fight. Dann hatten wir das Co-Main-Event. Zhang Wei-Li vs. Thug Rose Namajunas. Was soll ich sagen? Wer da nicht aufgesprungen ist, der war im Halbschlaf oder was auch immer. Also, dieser Kampf fing ruhig an. Ein kleines Abtasten, viele Legkicks von Zhang Wei-Li. Und Rose auch mit schönen Kombinationen. Und plötzlich, plötzlich kam dieser Highkick von Rose. Und Wei-Li fällt zu Boden, knallt zu Boden. Rose mit dem Ground-and-Pound hinterher. Und hat Wei-Li gefinished. Keith Peterson, der Referee, ist dazwischen gegangen. Wei-Li war da sehr, sehr empört. Warum? Warum wurde dieser Kampf gefinished? Sie war doch noch fit. Sie war nicht bewusstlos. Dann gab es die Wiederholung. Jeder hat gesehen, Wei-Li war bewusstlos. Die war weg. Sie hat sich ja nicht mehr verteidigt. Beim Ground-and-Pound hat sich Wei-Li nicht mehr verteidigt. Und trotzdem sagte sie dann im Post-Fight-Interview, dass das ein Early-Stoppage war. Schade. Also, sie hat sich sehr beliebt gemacht bei den Fans. Zumindest in Social Media. Vor Ort war sie nicht so beliebt. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber viele haben sie ausgebucht. Viele waren einfach Fan von Rose. Aber Wei-Li war eigentlich eine sehr sympathische Kämpferin. Sehr respektvoll auch. Damit hat sie sich ein bisschen unbeliebt gemacht. Das hat so einen Beigeschmack von einer schlechten Verliererin. Und sowas sehen total viele ja total ungerne. Finde ich auch uncool. Dann hatten wir im Main-Event. Kamaru Usman vs. Hoyer Marsvidal. Was soll ich sagen? Usman, sein Strike-Rick, hat sich so, so, so wahnsinnig stark weiterentwickelt. Das ist der absolute Wahnsinn. Usman hat Marsvidal brutal ausgenockt. Und Marsvidal lag dann auch erstmal ein paar Sekunden nach dem Hammerfist. Wohlgemerkt. Marsvidal war nicht sofort weg. Sondern Marsvidal war nach diesem brutalen Hammerfist von Usman weg. Und lag dann erstmal, konnte sich erstmal auch nicht aufsetzen. Ja, die Frage ist natürlich, wer soll Usman denn besiegen? Klar, eine Option gibt es. Und das ist ganz klar Colby Covington. Ich denke, die UFC wird nicht ohne Grund Covington so promotet haben. Die UFC hat von Anfang an vermutlich den Plan gehabt, dass Covington den Sieger bekommt. Dana White hat das letztens noch bestätigt, dass Covington den Sieger bekommt. Das gab es auch hier im Podcast. Und darauf baut die UFC jetzt auf. Covington war sogar danach in der TV-Sendung noch zu sehen. In der Übertragung wurde er von Megan Oliwi interviewt. Er wurde zwischendurch, ich glaube zwischen der ersten und der zweiten Runde, wurde Covington nochmal gezeigt. Also Wahnsinn. Ich denke, ja, jetzt sehen wir Usman vs. Covington 2. Ich freue mich auf diesen Titelfight. Aber, ich sage es euch wie es ist, Usman wird diesen Kampf gewinnen. Usman ist jetzt nicht nur ein wahnsinnig guter Wrestler, ein guter Ringer, sondern auch ein wahnsinnig guter Striker. Und unter Trevor Whitman, da geht einfach nichts schief. Also, Wahnsinn. Rose ist unter Trevor Whitman, hat gewonnen. Usman ebenfalls warst ein super Coach. Das ist der Coach des Jahres. Gar keine Frage. Also klar, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin baff. Ich bin baff. Das war ein so geniales Event. Volle Halle, viele Fans. Richtig geil. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Folgt uns. Folgt Wheel of MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.